Hi, ich bin Fabian und hier ist meine One-Minute-Homelie richtig wichtig. Wir Menschen sind seltsam. Niemand mag Überheblichkeit. Niemand mag benutzt werden. Niemand mag ausgeschlossen werden. Und doch ist es so, wenn du reich, wichtig oder berühmt wirst, wollen alle deine Freunde sein. Wenn du aber plötzlich abstürzt, bleibst du meist ganz allein. Das ist traurig. Und darum bevorzugt Jesus auch die Leute, die sich nicht für besonders wichtig halten. Die, an die keiner denkt. Auch du kannst das Muster der gegenseitigen Gefälligkeiten durchbrechen. Frag dich nicht, wen kann ich mal brauchen, sondern für wen kann ich jetzt da sein? Wir müssen ja nicht immer das nachmachen, wovon wir selbst enttäuscht sind.